Hola amigos, kennt ihr das auch? Als ihr klein wart habt ihr überall Monster gesehen. Unterm Bett, im Schrank, sie waren überall! Oh mein Gott, oh mein Gott, Panik, 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 Panik. Okay, so zum Thema. Aber wenn man abends im Bett liegt und schlafen will, dann hat man das überlebenswichtige Element bei sich. Das schützt einen vor allem. Nun bin ich sicher. Aber warum ist das so? Was für Kräfte hat eine Bettdecke? Scheiße, sie ist zugedeckt. Versuchen wir es im Sommer nochmal. Habe ich was verpasst? Ist die Bettdecke jetzt kugelsicher oder was? Echt jetzt? Stellt euch das mal vor. Die ganzen Horrorfilme würden komplett anders aussehen. Hm. Hm. Ich bin Gott. Also, ich werde es nicht so sind. Ich bin seitdem. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Meine Waffe ist nur nutzlos. Aber deine Bettdecke kann ich nicht vor Schüssen schützen. Ah, 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 ah. Ich bin kugelsicher. Die ganzen Mörder und Psychopathen wären plötzlich machtlos. Die Welt wäre sicher. Das war es wieder mit diesem Video. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch auch sicher unter Bettdecke fühlt. Oder bin ich nur die Einzige? Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen kleinen Daumen hoch da und abonnieren ist auch kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.